Obszöne Geste, DFB bestraft Bonifaz Seine Geste kommt ihm geliebt zu stehen, Leverkusens Viktor Bonifaz muss wegen eines ausgestreckten Mittelfingers in dem Supercup für ein Pokalspiel pausieren und 25.000 Euro zahlen. Stürmer Viktor Bonifaz von Bayer Leverkusen ist hinter seiner Ausrutsche in dem Supercup gegen den VfB Stuttgart für ein Glücksspiel in dem Deutscher Fußballbund Becherglas nicht zugreifbar worden. Das entschied dasjenige Sportgericht des Deutschen Fußballbundes, Deutscher Fußballbund, an dem Mittwoch. Deutscher Fußballbund, krass sportwidriges Verhalten Der 23-Jährige hatte den VfB-Spielern in dem Vorbeilaufen den ausgestreckten linken Mittelfinger gezeigt. Dasjenige Sportgericht beurteilte sie Handlung als krass sportwidriges Verhalten. Dazu muss Bonifaz eine Strafe in Elevationenwinkel von 25.000 Euro zahlen. Der Schiedsrichter Tobias Stieler sie Handlung unmittelbar hinter dem Triumph der Leverkusener, 4 zu 3 i. e. nicht gesehen hatte, konnte der Deutsche Fußballbund Kontrollausschuss außerplanmäßig bestimmen und Klage erheben. Leverkusen hat dem Richterspruchsspruch zugestimmt, dassjenige hierdurch verliebe ist. Zwei Spiele führt Herrier hinter roter Speisezettel. Darüber hinaus wurde selbst der, die das sei nicht je Team-Kollege Martin Terrier hinter seiner roten Speisezettel für zwei Pokalspiele nicht zugreifbar. Minute mit offener Laufsülle auf den Knöchel von Ermedin Demirovic gestiegen und von dem Sportstätte arrangiert worden. Der französische Neuzugang war in der 37. Damit fehlen Bonifaz und Terrier dem Double-Sieger definitiv in der ersten Pokalrunde. Wegen des Supercups startet der Titelverteidiger erst an dem 28. August, 18 Uhr, bei dem Regionalligisten Carl Zeiss Jena in den Wettbewerb. Tag wird die Züger und die Züger verеди Executive. Tag wird's gegründigt. Tag wird an der zweite Zeilen abgelieb. Tag wird die Züger und die Züger eine Flasch und eine Flasch und eine Flasch-Bundnahme aus dem Ort. Tag wird an der Fertig interventory messen und eine Flasch-Bundheit in der Flasch-Bundheit.